Wurstachim und seine Kollegen gaben mal wieder alles, am Freitag beim ersten der Drei-Markt-Schreier-Tage in Bad Karlshafen. Tütenweise Obst, große Pakete Fisch, Käse in Eimern, und massig Nudeln versuchten die Marktschreier unter das Volk zu bringen. Mit seinen Sprüchen stach Wurstachim mal wieder alle aus. Auch seine Kostproben kamen gut an. Viele der Besucher schauten sich zudem an den vielen Verkaufsständen um oder genossen ein Getränk am idyllischen Hafen. Leider war die Kaufstimmung beim ersten der Marktschreier-Tage eher verhalten.